In diesem Video stelle ich Ihnen in einer kurzen Übersicht das File-Transfer-Plugin von Cordova vor. Es dient dazu, um Daten zu übertragen auf ein anderes Gerät. Sie sehen, dass dieser File-Transfer im Grunde zwei wichtige Methoden besitzt. Eine zum Upload, damit können Daten zu einem Server geschickt werden. Und eine Methode Download, damit können Daten von einem Server-Empfang runtergeladen werden. Wenn man jetzt einen Up- und Download machen möchte, dann braucht man einen URL. Das heißt, man muss eine Adresse haben, von wo man Daten laden will oder wohin man sie laden möchte. Man muss auch Informationen über den Server haben. Des Weiteren muss man die Möglichkeit haben, auf den Erfolg zu reagieren und auf den Fehler. Die Optionen sind jetzt sehr stark orientiert an Techniken, die Sie aus dem Web kennen. Also beispielsweise die HTTP-Methode, die Sie benutzen zum Up- und Download, Get oder Post. Sowas kennen Sie ja aus Formularen. Den Mime-Type, also hier sehen Sie das Beispiel Image-JPEG oder Image-PNG oder Text-HTML oder was es da auch immer gibt. Dann können Sie an das HTTP-Protokoll in einem Format-Schlüssel-Werdepaar Parameter übergeben. Das kennen Sie von den Headern vielleicht. Naja, und letztendlich auch die Datei, die dann wirklich auch hochgeladen werden soll. Ich möchte Ihnen dieses Beispiel ans Herz legen. Dort ist beschrieben, wie man so eine Datenübertragung per Upload macht. Es wird im Wesentlichen ein Objekt vom Typ File-Transfer erzeugt, dann die Methode Upload aufgerufen und die Parameter hier entsprechend gesetzt. Ziemlich analog geht das auch mit dem Download, wobei da natürlich ein paar andere Optionen, ein paar andere Parameter notwendig sind. Aber dieses Beispiel ist eigentlich auch ganz vernünftig hier nachzuvollziehen. In diesem kurzen Video haben Sie also einen Hinweis, einen Tipp bekommen, wie Sie den Up- und Download von Daten aus einer App heraus per Cordova machen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017